Servus, Mario aus Thailand, Bataia. Heute sind der Geri und der Enrico hier beim Nachrichtentreffen Mittagessen. Ein kleines Österreich-Treffen. Auf geht's. Schauen wir mal. Hallo meine Freunde. Hallo Mario, es ist alles. Oh, was habt ihr denn super bestellt? Enrico. Ja, wie gerade der Gummiadler. Okay, und der Geri hat ein geschnetzeltes? Zücher geschnetzelt, ja, mit Spätzchen. Wow, geil, oder? Und was ist der Mario? Der Mario ist Knödel, geröstete Knödel. Größte Knödel? Größte Knödel gibt's heute. Sehr gut, mit gemischtem Salat. Wunderbar. Wunderbar, jetzt schauen wir mal. Schauen wir mal, was sonst noch alles Gutes da gibt. Gord am Blö, Natur. Kopp. Gürbill. Angen. Gürbill. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ein bisschen wendig ist. Das Nachrichtentreff befindet sich neben den Space Hotel, Leute, in Nagloa. Okay, liebe Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Recht herzlich willkommen den neuen Abonnieren meines YouTube-Kanals. Ich will lieben Dank an alle, die bereits abonniert haben. Die nicht abonniert haben, abonniert bitte, es ist kostenlos. Gebt mir bitte ein Like auf meine Videos. Tschüss, Servus, Mario aus Thailand, Bad Tire. Leute, ihr seid mega spitze. Tschüss.